Es waren ja keine Muslime, die auf Kreuzzügen 4 Millionen Menschen massakriert haben. Es waren keine Muslime, die im Kolonialismus 50 Millionen Menschen umgebracht haben. Und es waren auch keine Muslime, die den Ersten und den Zweiten Weltkrieg mit 70 Millionen Toten angefangen haben. Und es waren keine Muslime, die 6 Millionen Juden umgebracht haben. Sondern es war die Gewalttätigkeit der westlichen Welt. Sondern es war die Gewalttätigkeit der westlichen Welt.